Ja, hallo meine Freunde. Eben erst mal im Supermarkt gewesen und diese zwei Flächen noch abgestaubt. Das waren die letzten zwei, die es zumindest heute im Supermarkt gab. Aber wie lange sehen wir die Knorr-Zigeunersoße denn noch im Supermarkt? Denn gestern gab Knorr bekannt, die Zigeunersoße wird namentlich aus dem Programm gestrichen. In Zukunft wird das Produkt heißen Paprikasoße ungarischer Art. Und wenn man bedenkt, dass die erste Soße, die man sozusagen Zigeunersoße nennen könnte, 1903 erstellt wurde, erschaffen wurde und das Ganze jetzt bis 2020 gedauert hat, bis der erste Hersteller meines Wissens nach seine Zigeunersoße umbenennt in Paprikasoße ungarischer Art, finde ich das ehrlich gesagt doch sehr traurig. Ich weiß natürlich nicht, ob ich diese zwei Exemplare original verpackt lasse. Vielleicht landen sie bald bei Ebay für 100 Euro, keine Ahnung. Wenn es nicht so traurig wäre, ja, könnte man vielleicht drüber lachen. Es ist ja nur ein weiteres Teilchen an einer Aneinanderkettung von Umbenennungen in unserer Gesellschaft. Ich möchte natürlich vorneweg absolut nochmal klarstellen, für Rassismus ist in unserem Land kein Platz. Man sollte Rassismus mit allem Möglichen bekämpfen. Jetzt kommt aber das berühmte Aber. Man sollte jetzt aufgrund verschiedener Rassismusdebatten aber auch nicht jedes Jahr aufs Neue irgendwas umbenennen, was schon über Jahrzehnte innerhalb, ich nenne es jetzt mal, der deutschen Geschichte seinen Platz hat in irgendeiner Art und Weise. Und ich rede jetzt nicht nur von der Zigeunersoße. Das ist jetzt der neue traurige Höhepunkt von Knorr. Das wurde ja 2013 schon vom Forum der Sinti und Roma, glaube ich, angesprochen, beziehungsweise per Anwaltschreiben an diverse Hersteller aufgefordert, doch das umzubenennen. Jetzt 2020 hat Knorr eingeknickt. Muss da wohl irgendwo wieder eine Rassismusdebatte gegeben haben? Habt ihr was davon mitbekommen? Ich persönlich nicht. Und ja, selbst der Zentralrat der Sinti und Roma hat gemeint, sie begrüßen es zwar, das Knorr, das jetzt umbenennt, halten es aber nicht unbedingt für notwendig. Wichtiger wäre es ihnen, wenn das Wort Zigeuner oder der Name Zigeuner in diversen Situationen nicht mehr als Schimpfwort gebraucht werden würde. Ich persönlich finde es jetzt auch insofern einen Witz, dass jetzt hier die Zigeunersoße von Knorr umbenannt wird. A. Gut, man weiß nicht, ziehen die anderen Hersteller nach, denn es gibt noch genug Zigeunersoßen im Regal und B. vor allen Dingen in den ganzen Restaurants. Es gibt immer noch die Zigeunerschnitzel, auch eins meiner Lieblingsschnitzel persönlich. Gut, dass es jetzt im Einzelhandel zu ein paar Missverständnissen kommen kann, das habe ich vor vielen, vielen Jahren selbst erlebt. Am Anfang, da war ich noch in der Ausbildung, da wurden die Artikeltexte noch per Hand im Computer eingegeben und die hatten nur eine begrenzte Anzahl von Buchstaben, die man eingeben konnte. Und so kam es leider dazu, bei der Zigeunersoße, dass dann auf dem Kassenbon nur Zigeunersau drauf stand. Es ist zwar auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite wäre das heute ein Riesenskandal. Der Laden wäre direkt zu wahrscheinlich oder die Ladenkette. Insofern kann man es vielleicht verstehen, aber man könnte es ja auch anders da auf den Kassenbons dann abkürzen. Aber wie gesagt, es reiht sich ein, 80er Jahrgang bin ich persönlich die Mohrenköpfe, gut, das Wort mit dem N, so habe ich es nie genannt. Heutzutage heißen sie Schokoküsse oder irgendwas mit Schokoladenüberzug. Es werden so viele Straßen umbenannt. Die Mohrenstraße wurde jetzt zum Beispiel umbenannt in Berlin vor kurzem. Mohrenapotheke wurde umbenannt. Ein Mohrenhotel wurde umbenannt. Es gibt ja hier bei uns im Umkreis die Firma Ernst Neger. Der wurde schon praktisch terrorisiert, sich umzunennen, ein anderes Logo zu machen. Und das meine ich halt mit, klar, sagen wir mal aus der heutigen modernen Sicht, ist vielleicht nicht mehr alles astrein, weil es halt zur damaligen Zeit einfach noch in der Gesellschaft anders da gehandhabt wurde. Ob es jetzt normaler oder respektloser behandelt wurde, das könnte man vielleicht drüber diskutieren. Aber wenn man schon die alten Filme und so weiter sich anschaut, aus der damaligen Zeit, es war einfach Gang und Gäbe damals. Es ist natürlich die Frage, hat man das damals heruntergespielt, dieses Thema, oder wurde es damals einfach nicht so wahrgenommen? Wurde es damals nicht so auf die Waagschale gelegt, wie heutzutage jedes bisschen auf die Waagschale gelegt wird? Allein hier die Cartoons, die TV-Serien. Und ich will nicht wissen, was da teilweise zu finden ist, wo man direkt wieder Rassismus etc. pp. schreien kann, um da irgendwas zu zensieren, zu löschen oder zu verbieten. Und ich finde das eigentlich auch einen traurigen Vorgang in unserer Gesellschaft. Rassismus hin oder her. Es hat für mich jetzt nicht mit Rassismus zu tun, wenn man ein Produkt namens Zigeunersoße umbenennt, aufgrund von Druck von außen. Schlimmer finde ich es überhaupt, wer kommt auf den Gedanken, beim Namen Zigeunersoße an Rassismus zu denken. Das finde ich ehrlich gesagt schlimmer und bedenklicher als den Namen an sich. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Kommentare unten in die Kommentarfunktion hauen, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Ich hatte überlegt, mache ich das Video jetzt hier auf meinem Hauptkanal oder mache ich es nur auf meinem Zweitkanal. Aber ich denke, über so ein Thema kann ich auch mal wieder ein Menschmeier der Retalk hier auf meinem Hauptkanal machen. Auf dem Zweitkanal lade ich es natürlich dann auch nochmal hoch, auf Standes Filmzimmer reagiert. Ich finde es im Grunde genommen, diese ganzen Namensänderungen an sich, finde ich absolut lächerlich. Ja, klare Kante gegen Rassismus, aber diese ganzen Namensänderungen und etc., dieser ganze Aufstand, der ja wegen allem Möglichen gemacht wird, finde ich maßlos übertrieben. Und ich bin mal da gespannt, wer mir da zustimmt oder wer da was anderes dagegen zu sagen hat. Ich freue mich auf eine sachliche Diskussion in der Kommentarfunktion. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.